Hi Leute und Herzen Willkommen zu meinem zweiten Part von Wir reagieren auf Philmonkey und zwar ist es ja das Video eine Runde Stumbleguys mit einem Special Guest. So wir gucken dann auch direkt mal weiter. So wie gesagt meine Meinung zu Icy Heids meine Favorite Map. Ich liebe sie einfach und weil ich gerne auf Schnee laufe. Ich liebe auch Schnee an sich und ja dann gucken wir mal weiter. Meine Lieblings Map, danach kommt glaube ich wieder Superslide. Oh ne, Schnau! In der Schule, wenn ja, dann schreibt man in welcher Klasse. So direkt mal eine Sache dazu. Ich finde es ist ein absolutes Verbot zu, also jetzt mit der gleichen Klasse ist es in Ordnung, aber den Schulnamen zu nennen, für fremde Leute zu nennen. Leute sag ich mal, die man nicht kennt. Ist eigentlich für mich ein No-Go und man darf auch nicht die Daten seiner Lehrer, also die Namen und so, rausgeben. Und ich finde, das darf man einfach nicht. Das wäre ein Verstöß gegen die Regeln, weil es ja Daten von anderen Menschen sind. Und ich finde einfach, man darf die Sache nicht sagen. Und ich hoffe auch, es tut keiner von euch. Deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt weitergeht, ohne dass einer der beiden jetzt weitere Daten erzählt. Und ich hoffe, es werde mich hier weitergeht. Okay. 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 So, wie ihr vielleicht jetzt seht, wo ich mit meiner Maus bin, da kann man gut sehen, wie die Internetverbindung ist im Spiel. So wie jetzt bei ihm ist es so, der Ping ist bei 71, der ist ein sehr hoher Ping. Das heißt, er hat nicht so gutes WLAN zu der Zeit. Der Ping sollte so bei um die 25 bis 30 liegen. Ich hatte selber mal einen Ping von 120, da hat gar nichts mehr geklappt. Aber da muss man halt selber gucken. Das ist eigentlich auch, das ist eigentlich so, dass sich das auch selber wieder ausgleichen. Und ja, dann gucken wir mal weiter das Video. Und ja, dann gucken wir mal weiter das Video. Ich kann jetzt festhalten, dass diese Tricks nicht immer perfekt sind zum Anwenden. Sieht man ja auch, wie schlecht man auf einmal zurückliegt. Auch wenn es nur Bots sind. Aber trotzdem. Wenn es jetzt im Finale wäre, hätte er ganz schön reingeschissen. Ich hoffe, wir haben bald mal die Zehn Argumenten. Ja, ey Ben, ich hoffe, ich habe mal bald die Zehn Argumenten. Ich habe erst sieben. Hey Ben, ich glaube, da warst du gerade einfach noch. So, da war jetzt gerade ein Ping von 110, den ich angesprochen hatte. Und dann klappt halt gar nichts mehr. Ja. Klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. So, wir sind gerade hier im restlichen Spiel herausgeflogen. Jetzt kommen wieder Blockdash. Oh, genau. Blockdash ist im Moment einer meiner Hass-Maps. Weil ich bin da irgendwann so schlecht drauf. Das war so vor ein, zwei Monaten meine Lieblings-Map. Mittlerweile ist das meine Hass-Map. Warum wackelt? So, da hat es wieder rumgelegt. Ping über 100. Und dadurch hat es gehakt. Man konnte nicht mehr kontrollieren, wo man hinläuft. Und deswegen ist er dann leider ausgeschieden. Jetzt gucken wir seinem Freund noch zu. Gucken, ob er es schafft. Und dann hoffen wir mal, dass er die Runde gewinnt und kein Bot. Und entweder kommt danach noch eine Runde. Aber ich glaube, von der Zeit her passt da nichts mehr. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich ein Special Skin habt. Ich habe noch keinen. Ich ziehe leider aber auch keinen. Ich versuche es schon sehr lange, aber ich ziehe leider keinen. Und ich hoffe, ich bekomme bald mal ein Special Skin. Ich schaff's da drüber zu kommen. Der ist dann jetzt glaube ich auch mal raus. Genau, wenn sie dann qualifiziert, dann ist die Runde jetzt Ende. So, falscher Name. Natürlich nicht Paluten. Ich hasse es, wenn Leute sich als YouTuber ausgeben. So Berühmte. Aber muss jeder selbst wissen. Meiner Meinung nach ist es doof für andere, weil die dann nicht mal ihren Namen behalten können. Aber muss jeder selbst wissen. So, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video jetzt auch schon wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr wollt, dass ich mehr Reactions mache. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.